Moin moin, da bin ich wieder. Dead of Berseria geht weiter. Ich weiß, ich habe jetzt mal ein bisschen Pause gemacht, na gut. Ich hoffe, es ist für euch nur ein Tag, wo die Folge mal nicht kam. Und ja, wir machen uns noch nicht auf zum letzten Kräftemessen. Wir machen uns jetzt mal auf nach Haria nochmal. Weil in Haria müsste es noch was geben, oder? Da habe ich nicht noch was gefunden zu holen. Ja, da haben wir doch das richtige System eingestellt. Haria. Da ist was. Seht ihr das Gasthaus? Also auf nach Haria, äh, erstmal nach Jesylt. Das machen wir aber schnell. Und dann... Und wir ignorieren die Kisten. Wow, schon wieder 3. Ready. Geht's so zum Ende hin, wir spawnen die dauernd nach. Interessant. Sehr interessant. Und wer jetzt die Krovi sogar tatsächlich gleich richtig gekriegt, ey, das ist sehr interessant. Äh, ich bin ja aber schon, dass das dann Haria erfahren werden. Ich bin ja neugierig. Es sind ja noch ein paar Sachen... Ja komm, wenn er sich jetzt so die letzten Teile überlegt, hier ähm, nicht die letzten Teile, den ich ja gespielt habe. Da ist der, ähm, ach wie gießen sie denn, auch Cameo Battle, ähm, der Typ mit der Brille und die kleine durchgeknallte. Und... Die hat sich ja jeweils einzeln aufs Maul gekriegt von denen. Ja, man muss sagen, hat wir aufs Maul gekriegt von denen. Und dann hat man sie... Ja, durfte... Und dann durfte man noch mal ganz Spaß haben. Ach komm, ich find's... Wir find's so toll, wir verprügeln... Wir verprügeln dich... Wir verprügeln dich noch mal zu zweit. Und du denkst so... Ja... Ja, denkst du dir so... Darauf kann ich auch verzichten. So, noch ein paar Kräuter mitgekommen. Im Sofern... Es gibt auch die Möglichkeit, so... Ja, ist ja per Schnellreise zu machen. Äh... Aber da... Dann verpasst man so viele... Zusätzliche Kleinigkeiten noch mal. Wie zum Beispiel die Kräuter hier. Und die sind dann doch nicht so ganz unpraktisch. Sag ich dazu. Zack. Die nehm ich dann schon durchaus gerne mal mit. Ouh... Ja, okay, so... Aus dem Augenwinkel kurz größer aus, als es jetzt war. Warnsatz mit X war wohl nix. Ja, aber wahrscheinlich... Da ist es doch, die Kräuter. So... Heute werden wir uns auf jeden Fall von den... Final Battle noch mal reinziehen. Hm... Verstreckte Truhe. Ich dachte, hier kann man jetzt durchabkürzen irgendwie. Warnsatz mit X war wohl nix. Äh... Ich mag die Musik. Ich mag sie echt. Krass. Das sind ja schon wieder drei Minuten hier, ey. Ja, wisst ja. Die Leute haben ja immer eine Uhr laufen. Ich muss mal auch mal zugehen. Äh... Das ist ja... Das ist ja der Schicksal. Das ist ja die Bauch. Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so interessieren kann, aber ich kann mich nicht mehr so interessieren, aber ich kann mich nicht mehr so interessieren, aber ich kann mich nicht mehr so interessieren. Welche料理 gibt es? Tröpicale Moussaka, Saus-Mango-Churhan, Papaya-Mama-Suki-Yaki, oder? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so interessieren kann. Ja, das ist so. Das ist so, dass ich nicht nur mit dem Herzen zu studieren kann. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ich glaube, dass ich es fertig ist. Ich glaube, dass ich mich für die Kirche befestigt habe. Ich glaube, dass ich mich für die Kirche befestigt habe. Ich glaube, dass ich mich für die Kirche befestigt habe. Das ist jetzt für mich verarscht. Ich bin nicht echt verarscht. So. Oder was meint ihr? Es war schon ein bisschen sehr lau. Ich habe ja nichts dagegen. Erstmal so ein bisschen was. Ja, ich hätte ja jetzt... So ein weiteres Rezept hätte man jetzt kriegen müssen. Das wäre cool gewesen. Das hätte auch Sinn gemacht. Ja! Zumindest eine kleine Belohnung. Und ich habe nichts, bis ich schon wieder so... Das ist dann so rund wie so gefühlt. Da fährt der Belohnungseffekt. Das ist wie in einem anderen Spiel. Wenn du dann ohne was machst. Und dir den Arsch aufreißt. Und dann kriegst du... Danke! Dass ich es gespielt habe. Dann denkst du, ja klar, danke, dass ich es gespielt habe. Und ihm fehlt so ein kleines bisschen. Oder was meint ihr? Das ist ein sehr extremes Beispiel, wenn das ganze Spiel so gefühlt ist. Das können wir eigentlich hier mal... Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab. Ähm... Katz Korna... Tat... 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 Haria Abal Westeingang... Kommen wir da denn? Hä? Äh... Ne Logos war'n wir noch nicht... Logos war'n wir noch nicht... Wir machen uns mal auf dem Weg hierher. Lionel Werft Wir landen hier direkt vor der Haustür Wow, 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 hier ist ne Menge los Jetzt bin ich aber gespannt was hier rauskommt Aha, ein Cool Ja, eine neue Verwaltungswahl, das mache ich mit Belohnung Kleine, Kleinigkeit, ne komm Hier ist doch schon, das sind doch mal ne, der kleine Belohnung Da haben wir doch was neues So, ähm, was ich jetzt aber auch mal machen werde Da will ich rein, ich nehme jetzt mal wieder, äh So, gehen wir Niemand anders als Denken sie uns war an dem wir wieder Mal ein bisschen Abwechslung wieder reinbringen Muss ja auch mal sein, oder? Seht ihr auch bestimmt genauso Steht euch frei jederzeit in die Kommentare reinzuschreiben Wenn ihr doch vielleicht ein ganz anderes sehen wollt Habt ihr ja auch von den Kostümen gehabt, ihr wisst ja so durchaus Äh, was es da so gibt, wenn ihr da was anderes haben wollt Können wir das auch machen Nackt geht nicht Ja, ist das Hahaha Ja, noch eine neue Verwaltung Sony. Yay. Das hier jetzt bestimmt auch eine. Hahahaha. Du hast mich sehr schockiert. Ich habe mich immer wieder zu schockieren, aber ich habe mich nicht gemacht. Ich bin wirklich zu schockiert. Ich habe mich nicht zu sagen. Ich werde noch ein paar Jahre lang über 100 Jahre zu schockieren. Ich werde noch nicht warten, dass ich immer noch nicht in Van Eifried. Entschuldigung! Ich habe es für 50 Jahre zu machen. Hahahaha. Hahahaha Ai-Zen Ai-Fried noために祈ってもいいでしょうか いいのか あいつは正規の大役徒だぞ それはそうですが あい膳の友達のため それなら問題ないでしょう はい あなたの親友のために祈りたいんです 好きにしろ Ist das gut? Er ist ein Streicher Geist. Das ist so, aber... Für Aizen ist das Problem. Ja. Ich möchte mich für deine Freunde. Hm. Ich liebe dich. Du bist so ein Traum, der dich mit dir ist. Ich bin so ein Traum, der dich über die Erweiterung und die Erweiterung zu verletzen hat. Ich bin so ein Traum, Eifried. Ich bin so ein Traum. Ja, Harley Quinn und jetzt. Oh ne jacke. Leerenormen. Das hat was, das hat was. Das nehmen wir mal rein. Haben wir eigentlich für andere noch eine Farbvariation zum Beispiel? Farbvariation Velvet, yay. Interessant, nehmen wir auch mal. Ne. Das hatten wir glaube ich schon, das war, ja, Kategorie, ne. Das haben wir ja. Haben wir auch noch keine Farbvariationen. Nö. Dann kriegst du mal wieder die normale Kleidung. Aber das hat doch irgendwie was. Wir sind ein bisschen farbenfroher. Nicht so düster, dunkel. Dann gucken wir uns doch jetzt mal die neuen Verwaltungszone an. Ja. Die Meere von Endgant rufen nach den Geister der Matrosen. Ha. Ich rechne fast. Damit es Eifertbeiz eine Geisterflotte hat, die dorthin segelt. Äh, so. Panzervierte hatten wir schon. Vierte der Furien hatten wir auch schon. Vierte der Untoten hatten wir noch nicht. Haben wir, haben wir, haben wir. Das erkennt man ja glücklicherweise an den Bildern. Also, haben wir, haben wir. So, dann gucken wir mal. Warum gibt's hier keine Dings? Warum gibt's hier keine... Oh, wer sieht... Oh, dann ist eine Katzkiste. Katzkiste. Yay. Das gibt so viele Katzkästen, das ist der Wahnsinn. Kein Geschenk. Geizige Katz, ey. Äh. Kann doch nicht sein, diese Katz, diese. Hui. Einmal rumgehen. Das ist aber... Diese, diese Inseln... Es sind wirklich rein... Und ein Ornament drauf und Dings. Warum sollte man diese Scheißinsel denn eigentlich besuchen, außer... Vielleicht sich das anzugucken. Vor allen Dingen, weil ja... Wenn man diese Statuen sieht, sowieso schon denkt so... Ey, ist klar. Ich geh ja nicht hin. Oder? Das ist zumindest meine Meinung dazu. Na dann... Dämonen beschweren. Entweder? Lass es auch nicht? Wenn Dämonenesper겠죠 ist, sind Sie sagen gleichверte. Ich lause, der mich aber darauf interessiert. Einige, ganz ruhig, oder? Weil sie an alle Gluten schlane, du Ge90 her? Oh, genau das ist kein Geschwthat 여기. Ichkel Não kannst du Broschen, aber du gerät. 伊 altri, das ist nicht des hutges. Ich testo Provost. Über tower, ich bin jetzt nicht. Das bin ich möchte. Was ist der Herzlichen Sauerwappen? Oh, jetzt übertreibt es wieder. Fluchinsel-Riese. Schlichtes Wasser. Okay, wir haben die Hexen. Die werden trocken. Der hat nichts. Wind. Wind. Okay. Oh, das ist ein Scheiß. Schau mal wieder an. Das ist ein ZAU! Sehr schön Die Entscheidung ist ... und da ja so und da holen wir uns die Katz hier noch die es hier hundertprozentig geben wird in der Untoten sind doch wahrscheinlich gegen fast nichts allergisch da warte ich doch drauf kampfmusik gewandt viel will wird sehr schön hier fehlt automatisch sehr so schön wenn man hier automatisch mit dem geoboard surfen kann der surfboard passt eigentlich auch von der beschreibung her aber naja soll halt nicht sollen sein was ein geiler Satz schon wieder oder ist so halt nicht sollen sein was du erzähl ich schon wieder scheiße so dann direkt noch auf hoch noch kurz einmal einfach wegen der kiste nicht weil ich jetzt hier weil ich habe dann keinen bock das normales zu holen ich gehe da raus ich habe ich noch mal also so ja ja Das ist ein Schwerpunkt, aber es ist ein Schwerpunkt. Ich bin gerade noch nicht mehr auf den Eimel. also ein Unstablier Schuft, dann haben wir hier Unstablier Schuft, ne Unstablier Schuft, oder Unstablier Schuft, also wohl nichts anderes. Also ver, Schuft, wicker sich im Stablier Schuft, okay, also bei Schuft. Lugack der Schuft, aber ich weiß, wie gut hier drin. Die Fähne, ich hab ich 하if. Herr, Schuft, Schuft. Also, ja es zurück, ich habe ein paar Bettchen durch, Die sind... ...tod. Sehr schön. Eine Frau, ein Mann. Der Dämon ist sehr schön. Ein Tarsamann, der für Unfälle auf sich schützt. Mehr Sammulet. Alle Dämonen besiegt. Barrierenringe. Nöt, nöt, nöt. Damit hätten wir die schon mal abgehorkt. Da hätten wir die schon mal abgehorkt. Das ist doch schön. Äh, tt-t-t-t-t. Wir kommen hier nicht überall hin, ne, schade, schade, schade. Hm, wie komme ich denn da hin? Äh, zack. Wir wollen alles sehen, äh, beziehungsweise. Wie, verdammt nochmal, komme ich da wieder hin? Hexeninsel. Wie komme ich zur Hexeninsel? Vom Ande zur Erde getilgte Insel, selbst in der Abtei wissen nur wenige Privilegierte von der abgelegenen Insel, die als Heskelense für Formen dient, bei denen Drachen verwendet werden. Wie komme ich da hin? Wie komme ich zu der Hexeninsel? Der fährt mich da nicht hin? Zu Normaninsel? Ja. Da komme ich hin. Warte, nicht zur Hexeninsel. Und hiermit komme ich auch nicht da hin? Helabest, Börsley, dddddddddddddd. Da ist das auch nicht dabei. Das, äh, muss ich noch ausfinden, wie ich da hinkomme. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich, hm. Dann gehen wir es mal hier hin, zck, Maijiro. So, wir haben... So, woops. Hier muss irgendwo noch ein Dings rumrennen. Turtles. Hier ist der Katz. Turtles Merchant. Wo ist der denn? Das heißt hier mal kurz abgrasen. Ja ich habe mir ein paar Sachen jetzt rausgesucht, das muss ich auch zugeben. Weil sonst würde ich hier auch nicht alles finden, das muss ich halt zugeben. Das ist dann doch nicht so der überragende Finder. Normales Härtungsloser, sehr schön. Das sieht schon schick aus. Das sieht schon aus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich den vielleicht schon getroffen hatte. Das fällt mir nicht ein. Gucken wir doch mal hier. Danna Highway, Tempel in Danna Highway, wo ist denn Danna Highway? Ganz kurz mal. Das geht gleich weiter. So, ich habe mal ganz kurz nachgeguckt. Also wir müssen jetzt irgendwie zum Danna Highway, sondern Danna Straße und da irgendwie zum Tempel. Danna Highway, wo ist denn Danna Highway, wo ist denn Danna Highway?